Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mal einigen Fragen nachgehen, die ich auch öfters mal von Zuschauern bekomme. Und zwar, warum läuft mein Chrome Browser so langsam? Warum kann ich YouTube Videos nicht mehr sauber darstellen? Oder warum werden mir teilweise Overlays oder irgendwelche falsche Werbebanner in meinem Chrome Browser angezeigt, zum Beispiel währenddessen ich auf YouTube serve? Das kann diverse Gründe haben. Ein Hauptgrund ist hier meistens, dass ihr euch irgendwas eingefangen habt im Chrome Browser, das heißt eine Malware oder in irgendeiner Form eine Art Virus oder ein Schadprogramm. Um dieses nun wieder zu entfernen und eurem Chrome Browser wieder flott zu machen, sodass ihr wieder vernünftige YouTube Videos schauen könnt, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr öffnet euren Chrome Browser und begebt euch in die obere rechte Bildschirmecke. Dort klickt ihr auf die drei Punkte und wählt den Punkt Einstellungen. Hier scrollt ihr bitte ganz nach unten und öffnet den Punkt Erweitert. Auch hier scrollt ihr wieder ganz nach unten und betätigt den Punkt Computer bereinigen. Nun wird euer Chrome Browser eine Schadsoftware-Suche auf eurem Computer durchführen und wird eventuelle Fehler oder eventuelle Schadprogramme hier auflisten. Sollte er welche gefunden haben, entfernt diese bitte. Habt ihr diese Suche durchlaufen lassen und habt eventuelle Schadprogramme entfernt, geht ihr wieder einen Schritt zurück und sucht hier den Punkt Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen. Hier klickt ihr bitte drauf, bestätigt dieses und somit wird euer Chrome Browser zurückgesetzt. Eventuelle falsch gesetzte Startseiten oder eventuelle Schadsoftware, die hier Veränderungen vorgenommen hat, wird jetzt hiermit entfernt und es werden eure Einstellungen wieder zurückgesetzt. Als letztes überprüfen wir noch, ob euer Chrome Browser eventuell über einen Proxy umgeleitet wird. Das kann auch zu starken Problemen führen. Das wird auch gerne von Schadsoftware hervorgenommen. Dadurch habt ihr das Problem, wenn ihr über einen Proxy lauft, dass ihr umgeleitet werdet und somit mitunter sehr, sehr langsam werdet mit eurem Browser. Um zu überprüfen, ob euer Browser euch umleitet, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr geht auch hier wieder in die Einstellungen. Hier scrollt ihr bitte ganz nach unten und öffnet den Punkt Erweitert. Scrollt ganz nach unten und sucht den Punkt Proxy Einstellungen. Hier klickt ihr einfach drauf und schaut nach, ob euer Computer in irgendeiner Form über einen Proxy Server umgeleitet wird. Ist dieses der Fall und ihr habt diese Umleitung nicht eingerichtet und sie ist auch nicht von eurem System eingerichtet worden, weil es halt erforderlich ist, so entfernt ihr bitte diese Proxy Einstellungen, speichert diese und schließt bitte den Chrome Browser. Nun öffnet ihr eurem Chrome Browser wieder und schaut, ob wieder alles ordnungsgemäß funktioniert. Eventuell kann es sein, dass diverse Plugins oder diverse Zusatztools nun deaktiviert sind. Wollt ihr diese weiterverwenden, aktiviert sie einfach wieder. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video wieder einigermaßen weiterhelfen. War dem so, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.